servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal das race to world first biegt auf die zielgeraden ein zwei gilden stehen jetzt vor dem letzten boss dem kerkermeister namentlich wer hätte es gedacht echo und liquid echo hat vorgelegt mit dem world first bei rigolon liquid hat ein bisschen länger gebraucht tatsächlich haben aber dann auch nachgezogen und jetzt stehen beide boss oder beide gilden vorm kerkermeister dem finalen boss von shadowlands alles in allem haben beide gillen auch schon ein paar puls drauf gemacht wir sehen das hier echo hat gegen 16 uhr am nachmittag rigolon getötet liquid ungefähr fünf stunden später also da lag eine kleine zeitliche spanne dazwischen was haben wir ansonsten noch für bemerkenswerte statistiken echo hat 204 puls gebraucht liquid über 40 mehr method hat undoing getötet das war aber schon am abend zuvor dazu hat mir nur noch die big dump golden guardians die ebenfalls undoing getötet haben ansonsten nicht sehr viele kills heute echo hat mittlerweile 61 puls auf dem tacho 66 66 6 prozent den kerkermeister dabei war aber auch vieles dabei gerade zu beginn wo sie den boss einfach so gepult haben um zu sehen was für abilities wirkt er wie können sie wieg auras einstellen und so weiter scribe war da teilweise auch mit drin also das waren viele puls um einfach mal zu gucken was macht denn der boss eigentlich so wie können wir da oder wie gehen wir da am besten dran liquid konnte natürlich ein bisschen später einsteigen sich angucken was echo da bislang schon gemacht hat kommen ungefähr in dieselbe range aber ich denke das wird noch ein bisschen dauern bis der boss liegt ansonsten pieces haben fast die lords des streckenstown 2,6 prozent skyline 5,5 method undoing dead golden guardians auch esther 36,4 yi tian hong 50 2 version 59 1 und sonics imperative bei 69 5 allesamt bei anduin und die gilden von 13 bis 20 stecken noch bei halondros was jetzt ganz interessant ist an der konstellation morgen beziehungsweise heute wenn ihr dieses video jetzt seht ist in den usa der reset day der vierzehnte tag ist rum und die amerikaner können reclirn theoretisch hätten sie reggelon nicht gekillt wäre das eine ecke dramatischer gewesen weil andernfalls hättest du abwägen müssen was machst du jetzt riskierst du dass echo durchzieht auf dem kerkermeister und ihn legt während man selber am reclirn ist oder reclirt man nicht um dran zu bleiben hat dafür aber später das gear aus einem kompletten reclirn nicht schwierig zu sagen jetzt ist es eine sehr interessante dynamik der boss also ich glaube nicht dass es echo schaffen würde den heute zu killen bis zum eu reset also ich glaube schon dass liquid da gemütlich zeit hat noch mal zu reclirn und dann mit mehr gear an den boss ranzugehen sieht mir auch so aus als würde das gear benötigt werden und du mal guckst teilweise echo mit sechs heilern hier am start was aber darum wiederum interessant werden könnte ist dass dann vielleicht echo am mittwoch unter druck ist sollte liquid einen schnellen reclir hinlegen und dann mit weiß ich nicht 274 bei dem boss deutlicher bessere trice legen also es kommt einiges auf uns zu es bleibt auch bis zum schluss weiter spannend dieser stelle wollen wir natürlich auch noch mal in die kills rein gucken wir sehen hier echo bei ryggelon alles in allem ziemlich cleaner kill sie haben noch knapp zehn sekunden bis zum massive bang wo der ganze raid wipen würde aber sie schaffen es trotzdem noch rechtzeitig zu legen jubel ist groß bei liquid haben wir mal wieder die möglichkeit den kompletten fight zu sehen das ist bei denen etwas besser gemacht in sachen aufarbeitung auf twitch wir sehen hier sie haben noch rund 15 prozent zu gehen ein battle retz noch ab alles in allem es ist schon krass was in diesem fight auch an damage rein kommt bemerkenswert an die heiler wenn man sich da mal healing dann anguckt 27k hps 25k 23k 22 21k holy moly vier holy priester die einfach nur brutalst am pumpen sind plus ein holy paladin das ist schon ziemlich krass also gerade in der phase unten kommt wirklich richtig gut damage rein aber auch hier relativ cleaner kill massive bang cast setzt an wenn der durchgeht wäre wipe sie haben jetzt noch zehn sekunden für zwei prozent der damage oder das damage race hier ist ein bisschen knackig das wird ein richtig closes ding drei sekunden noch knapp auf der uhr aber kill ist kill zu guter letzt sehen wir dann noch mal hier ein paar szenen aus dem mythic kerkermeister fight was auf jeden fall prominent ist dass du gleich von anfang an diese bar oben hast mit azeroth health ich muss zugeben mit hc habe ich mich bei dem fight noch nie so beschäftigt könnte auch sein dass das da auch schon vorhanden ist ich glaube aber ja nicht dann hast du hier am rand diese paddles mit azerit energie die gesorgt werden müssen also alles in allem muss ich sagen was ich bisher gesehen habe und das waren ja immer so tries bis um die 80 76 prozent wenn man ehrlich ist andere fights sahen bisher spannender aus aber das muss ja nichts unbedingt heißen der boss hat sehr sehr viel leben es wird denke ich wieder ein sehr langer fight und mal gucken vielleicht kommt ja da hinten raus doch noch einiges was neu ist was anders ist eine mythic only phase wer weiß der boss konnte eben nicht getestet werden auf mythic auf dem pter vielleicht ist also doch noch die ein oder andere überraschung dabei aber jetzt seid ihr gefragt was denkt ihr wer holt sich den world first beim kerkermeister echo oder liquid ich denke alle anderen gillen kann man mittlerweile rausnehmen die werden das nicht mehr schaffen den endboss als erstes zu töten schreibt in die kommentare lasst gerne ein abo da wenn euch das video gefallen hat und die auch in zukunft keine news verpassen wollt bis dahin habt eine gute zeit reingehauen